Schilder sind Wegweiser und Visitenkarten für Städte, Unternehmen, Organisationen. Und für Vandalismus sind sie ein willkommenes Opfer. Die Schweizer Heinrich Mantel AG hat das Problem erkannt und gelöst. Das Prinzip? Aluminium wird in einem elektrochemischen Prozess eloxiert. Die Poren werden geöffnet. Hochmoderne Dataprint-Vierfarb-Digitaldrucker tragen dann in mehreren Schichten Farbe auf. Jedes beliebige Motiv lässt sich so direkt in die Metalloberfläche drucken. Im Anschluss wird das Schild in einem heißen Wasserbad verdichtet. Dabei werden die Eloxalporen versiegelt und die Farben im Metall eingeschlossen. Die transparente Oxidschicht schützt das Schild gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und auch gegen Vandalismus. Nach dem Reinigen ist die Hinweistafel wieder wie neu. Die Heinrich Mantel AG – Wegweisend für Digitaldruck auf eloxiertem Aluminium. Die Aufmerksamkeit wird das Schild in einem kleinen Schild in einem kleinen Schild.